Rutsch! Na! Rutsch! Na! Rutsch! Na! Der erste urkündliche Beleg für die Heibelhofer Fasnacht geht auf 1457 Gründe. Die Lokanzüge hat sie seit dem Jahr 1606 gehabt. Auf die Nahe zum Teil gelaufen nochmal ein dreifach kräftiges Rutsch! Rutsch! Na! Rutsch! Na! Rutsch! Na! Rutsch! 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 Rutsch Auf die Treibachkräftige ist Rutsch! Ja! Rutsch! Ja! Rutsch! Und da dahinter haben wir diese Eingesache Fremdpolisi und endlich die Fassmachsfigur Auf die Treibachkräftige ist Rutsch! Na! Rutsch! Rutsch! Na! Na! Hallo! Vielen Dank!